Das ist krank. Das ist krank, wie viele Hühner ich im Petto habe. My stomach crumbles violently. My stomach violently crumbles. Und was machst du denn hier? Hallo, Dr. Schaf. Geh mal hier rein. Zurück ins Ställchen. Ich tu, du musst mich beschützen. Alter, du, was kannst du eigentlich? Jetzt mal ohne Spaß. Ich will nur meine Wasserflasche. Okay, in welche Richtung soll ich gehen? Soll ich in diese Richtung hier vorne gehen? Nennen wir es Richtung Alpha oder da hinten hin Richtung Beta oder dahin Richtung Charlie oder da Richtung Delta. Ihr entscheidet. Jump. So, okay. Ich glaube, Gamma hat wirklich gewonnen. Deswegen reiten wir Richtung Gamma. Hinter dir ist ein Spieler. Hinter dir ist ein Spieler oder ein Zombie. Hier kommt Bambi, hier kommt gerade ein Spieler rein. Was? Wo sind Häuser? Du hast Häuser gesehen? Oder ist das ein Troll-Fuelake? Und Geburt anbeginnt, schlachtet Echthor mit einer Axt, Zombies klein. Und seine Axt zieht leis einen goldenen Kreis in Hals und Bein für die Ewigkeit. Was? Ich hätte Porros mit ihm machen sollen. What? What? Hey, mate. Are you friendly or are you the evil one here? Ich war gerade wieder so laut, dass mein Vater reingekommen ist. Hat sich wieder eine Bratwurst angeboten, ne? Stefan holt sich Kekse, bringen mir auch einen mit. Peng! Da komm mal rein, der Echthor, der Steiner kommt. Alter, ich habe einen Creeper hier drinne. Ich glaube, ihr armen. Wenn ich manchmal total bescheuert laufe, dann liegt das daran, dass ich auf den Chat gucke, weil ihr spammt gerade so ab. Das ist gar nicht so richtig krass. YCBM sagt, ich hätte noch Zuckerrohr im Wasser liegen, dann sollte ich da nochmal einen kleinen Blick riskieren. Und vorher nochmal eine kleine Naschecke in die Zahnlücke schieben. Can you feel the beat in the rhythm? Gott, ey, was für ein Noob ich eigentlich bin. Hey, Mann, I need to apologize for my companions here. My companions are the true craziness. What? Ein bisschen übertrieben, dieses Bloomfeld, oder? Diese Parasiten-Blumen, Alter, wie die abgehen. Die Musik, du musst auch mal die Musik machen, André. Und jetzt ziele ich und dann... Danke dir, Serpelt. Mein Baustil ist awesome. Das ist, wie soll ich sagen, das ist das Glück des verwirrten Mannes. Ich weiß doch auch nicht. Das habe ich mir mit Schweiß und Blut erkauft. Von daher, so wie Sarazard, er ist an diesem Brunnen gestorben. An diesem Brunnen wurde er erschossen. Als er mit fünf Leuten hier unterwegs war und hat gesagt, ich will noch kurz was trinken. Nein, nein, geh in Deckung, hier sind Spiele. Nein, ich will nur kurz... Das war genau hier passiert. Stimmt. Es sieht echt aus, als hätte ich Lippenstift aus. Hier im Haus, wo ich stehe, davor ist auch jemand. Ich höre hier, wie jemand Munition verwendet. Ich habe mich extra hübsch gemacht für euch. Warte mal. Spieler, 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 komm, Russian, Russian, Russian. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal eine Verzauberungsdroh. Schreibt mal in die Comments, wie ich den Verzauberungstisch baue. Dann brauche ich nicht extra nachgucken. Leute, so eine Scheiße hier die ganze Zeit. Ich übernehme jetzt mal den Kanal hier. Dieser Ben geht mir eh die ganze Zeit auf den Sack. Macht nur langweilige Scheiße hier. Passiert ja gar nichts. Guck mal, schwarze Bildschirms. Ganze Wochenende. Müll ist das hier. Mann ey, immer diese Stream-Sniper-Hacker, die sich hier versuchen reinzuschleichen und die Show zu stehlen. Unglaublich. Ach so, wie geil ist das denn? Den Zuckerrohr brauche ich nicht komplett abbauen. Auch geil, Phoenix. Gut zu wissen. Dann habe ich quasi mein Perpetuum mobile, was Zuckerrohr angeht. Gut, gut, gut. Ihr Schweine, verzieht euch. Ihr, nein, 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 zurück, zurück, zurück. Also hier geht ja nicht nur eine Gelegenheit, macht Diebe nur, weil ich mal einmal vergessen habe, das Türchen zuzumachen. Danke. Warte mal. Was? 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 Alter, was für eine Bitch. Das gute Lidl-Wasser. Denn nur gutes Lidl-Wasser vermag es euch, langes Leben und natürlich eine hübsche Freundin zu bescheren. Denn nur dieses Wasser vermag es euch, langes Leben zu beschweren. Langes Leben und eine hübsche Freundin. Lidl-Wasser. Und für den Fall, dass ich es noch nicht erwähnt habe, ich habe hier dieses leckere Wasser. Das ist echt, echt nicht schlecht. Deine Mutter hat mir gerade eine E-Mail geschrieben. Du solltest in Skype online kommen. Jetzt hätten die so einen riesen Mund, wie so ein Bagger und dann schack. Immer so einen ganzen Quadratmeter Gras mit einem Mampf weg. Du hast hier quasi versucht, einen Gemüsestand aufzumachen. Hat nicht ganz so geklappt hier in Elektro, oder? Okay, deswegen will ich eine Mauer haben. Das sieht einfach aus wie Verdun 1918. Es gibt keine Laufkundschaft, nur noch Rennkundschaften. Witz des Jahres, André, oder? Ein Mann, ein Pferd, ein Ziel, eine Bestimmung. Wir reiten gemeinsam in den Sonnenaufgang. Hinter uns schlägt Johann Parabell sein klassisches Stück in den Kanon-Indee an. Und ich besuche die Artgenossen von Black Beauty und zeige ihnen, welches Schicksal sie denn hätten haben können. Einen schönen, springfidelen, kleinen, gut gepanzerten Pferdekopf und darunter ein wunderbar, nein, schon fast göttlich aussehender Veneos auf dem Pferderücken. Hat Echtor es verlernt. Oh, scheiße, ich werde beschossen. Ich werde beschossen, ich werde beschossen. Ich bin nicht getroffen worden. Ich bin nicht getroffen worden. Zwei Spieler. Mit, mit, oh, ich hab's gerade so überlebt. Oh, fuck. Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter. Wahrscheinlich ist der Tor, der auf den Tor hört, schlimmer als der eigentliche Tor, oder? Ich hab, ich... Ne Paprika! Puff. Dann sieht man jetzt, so sieht das hinter mir aus. Uuuuuh. Uuuuh. Ist alles nicht richtig homogen hier, links und rechts, aber läuft. Und dann mache ich wieder mein Lingardium Leviosa. Und puff, ist es auf einmal wieder unsichtbar. Das ist ein Spaten. Ich hab Spaten gefunden. Das ist Sparta. Hit me, baby, one more time. Ja, ich weiß nicht, warum meine Rüstung so augenkrebsig ist. Das ist eine gute Frage. Ihr habt mich dazu gezwungen. Ihr habt meine Rüstung crappy gemacht. Ihr habt gesagt, Ben, du musst das verzaubern. Ich hab's verzaubert, jetzt sehe ich scheiße aus. Wer ist schuld? Alter, ich muss Haken schlagen. Und zwar bis zum Endgegner. Da oben auf dem Bergspieler. Zurück, 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 zurück. Du bist doch ein kleiner Satist, oder? Avalorien. Einfach nur, weil ich's kann, soll ich jetzt die armen kleinen Schweinchen ins Jenseits befüren. Dieses Haus ist für Hobbits gebaut, oder was? Noob Neos, meine Damen und Herren. Noob Neos, zeigt euch den Weg. Noob Neos. Jetzt an der Mauer, nein? Oh Gott. Jemand schießt auf mich. Oh, knapp. Oh. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Jemand hat auf mich geschossen, mich aber nicht getroffen. Ein blutender Bambi läuft in der Badehose an mir vorbei. Was ist los? Die Hölle bricht aus. Ich hab's getroffen. Gut. Jetzt geht gleich die Erotikstripper-Musik an hier. Wenn Ferdinand stirbt, mach Lassagne draus. Geil, Sinex. Sehr geil. Das gute Pferdefleisch hier. Aus Landhaltung. Hat nur ein oder zwei Bissspuren von nem Zombie. Vergiftet von so ner Spinne und ein, zwei Pfeile von so nem Skelett drin. Aber dafür Lidl reicht's noch, ne? Der Echtur müsste gleich hier eintreffen. Er ist schwer beschäftigt. Er hat eine lange Reise hinter sich. Sei gut mit ihm. Er ist gereizt. Ja, komm. Jetzt vorbei. Oh nein, Leute. Ihr tötet euch noch. Wir haben uns gerade erst gefunden. Ich weiß, dass ich vor Hunger, Leute. Ja, töt ihn. Hey, los, Echtur. Schieb's. Der kriegt du mich für 3000. Grüß dich, Mann. Das ist ja extra die Bambi-Mühe gemacht, hier rüber zu rennen. Ich hoffe echt, du hat ja nicht eben grad den Arsch weggeballert. Was machst du denn so? Du stehst hier einfach so rum. Hältst Gras in der Hand. Ja, was ist das? Du hast doch irgendwie nen Überbiss. Man hätte dir früher mit 13 nochmal die Spange richtig setzen sollen. Damit das auch mit dem Kiefer irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht. Stefan ist nur am Kekse fressen den ganzen Tag. Und einen Keks nach dem anderen. Vor allem, er muss aber immer los und ist dann jetzt mal 10 Minuten weg. Weißer, als ob er mir vom Berg in den Tal klettern muss, um seine Kekse zu holen. Echtur, kiss die Zombies on the island. What the fuck? Guck dir mal auf dem Stream an, was mit mir passiert. Was geht? Wer ist da? Wer spricht? Alter. Der hat mich ohmächtig geschlafen. Ich bin ohmächtig. Wer hat mich kaputt geschlafen? Ich hab ihn getötet. Ich muss aufpassen. Du bist der mit dem blauen Rucksack, ne? Ja, mit der Weißermaske. Oh fuck, ich hab ihn nicht erwischt. Macht's gut, lieber Stream. Das war's. Ich bin am sterben. GG. Oh, Bendeos. Lauf, lauf wie ein Hühnchen. Feet the chicken, Feet the chicken, Feet the chicken. Der plündert dich gerade. Was? Der schießt mich ab, der kann mich nicht plündern. Ich kann nicht schießen mit meiner Offensee. Helf mir einer. So, wir vier. AK-Schüsse. Und Mosin. Ausratt von Scharno rum. Ein Bambi kommt rein. Der hat ein Intellecto. Oh nein, der hat sogar ein... Ne, der hat ein Basis nicht geschnappt. Der holt sie dir, Tiger. Komm schon, Ben. Ich komme mit meiner letzten Energie. Mal gucken, ob ich bewusstlos werde. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt hier... Hier ist einer. Hab was dabei, komm schon. Bandages. Hoodie, kann ich den zerreißen? Ne, Hoodie glaube ich nicht. Tier into rags, doch. Nein, jetzt wurde ich erschossen. Genau, jetzt bin ich erschossen worden.